Okay Freunde, wir haben also ein Olympia-Verbot für Kawhi Leonard, wir haben einen Jalen Brown, der möglicherweise von Nike gesperrt wurde für die Olympics und wir haben das erste Vorbereitungsspiel von den USA gegen Kanada, was sie gewonnen haben, was aber nicht so geil aussah, deswegen wir besprechen jetzt Schritt für Schritt diese einzelnen Themen, ihr habt unten einen Zeitstempel, jumpt gerne zu den Themen, die euch am meisten interessieren oder guckt euch das ganze Video einfach von vorne bis hinten an. Freunde, wir fangen an mit Kawhi Leonard, es ist bitter, kein Olympia für Kawhi, es wird ein Verbot geben oder es gibt ein Verbot von den Clippers und es ist auch nicht sonderlich überraschend, also wir haben das hier glaube ich alle gesehen, so das war sein Arrival und ich finde man sieht hier schon, dass Kawhi so ein bisschen am humpeln ist, vor allem wenn das Close-Up kommt, sieht man, dass er nicht ganz rund läuft, es ist wirklich sehr sehr bitter, weil es ist einer der talentiertesten, besten, krassesten Spieler, die wir jemals gesehen haben. 2019, dieser Run mit den Raptors, legendär, aber der Mann ist einfach nie gesund, ja und deswegen haben auch die Clippers gesagt, ey Leute, der kann nicht bei uns jedes Jahr in den Playoffs verletzt ausfallen und dann jetzt aber hier den ganzen Sommer über Olympia und Vorbereitungsgames zocken, das können wir einfach nicht machen. Deswegen gab es dieses Statement, Kawhi has been ramping up for the Olympics, blablabla, USA Basketball and the Clippers determined it's in his best interest to spend the remainder of the summer preparing for the upcoming season rather than participating in the Olympic Games in Paris. Was letztendlich heißt, ey, wir haben den lieber zu Hause, der soll sich vorbereiten, der soll trainieren für die Clippers-Saison und nicht im Sommer sich verheizen sozusagen für Olympia und das ist wirklich schade, aber ich kann es verstehen. Also die Clippers haben eine Menge, Menge Kohle über die letzten fünf Jahre investiert in Kawhi, in Paul George. Paul George hat man jetzt ziehen lassen, also der wird das Team verlassen Richtung Philly. Man hat keine wirklichen Erfolge mit diesem Team vorzuweisen und Steve Warmer, auch wenn er Kohle ohne Ende hat, der sagt halt auch so, ey, ich kann nicht immer hier Leute bezahlen, die dann halt nie spielen. Und deswegen setzt er jetzt darauf, dass Kawhi im Sommer sich vorbereitet und jetzt gibt's seinen Ersatz und sein Ersatz ist Derek White, einer der geilsten Spieler in der NBA. Ja, bevor wir zu irgendeinem anderen Thema kommen, Derek White ist einer der geilsten Spieler der NBA, einer der besten Verteidiger überhaupt auf der Guard-Position. Er wurde gerade erst NBA-Champion, er ist ein sehr, sehr guter Point Guard, das heißt, er kann auch den Ball, er kann das Spiel aufbauen, er kann den Ball weitergeben und so. Also, Digga, warum kann ich das gerade nicht sagen? Ich hab nicht viel geschlafen, Leute, ich hab mir das Kanada-Spiel live angeguckt, USA, Kanada, bin direkt hierher gekommen. Er kann sehr, sehr gut einfach den Ball passen, er kann das Spiel aufbauen und deswegen Derek White meiner Meinung nach völlig verdient hier nachgerückt. Aber es macht natürlich schon die Frage auf, what the fuck are we doing? Wir haben hier in Jalen Brown den aktuellen Finals-MVP, ja, der hat gerade mit den Celtics die Championship gewonnen, gegen Doncic und die Mavs, hat da eine sehr starke Serie gespielt, war in einem Team, wo Jason Tatum mitspielt, trotzdem der beste Spieler. Das ist schon merkwürdig und deswegen war der erste Tweet von Jalen Brown auf die Nachricht, Derek White rückt nach, auch das hier. So ein bisschen diese Nachdenk-Emojis oder mal gucken Emojis, aber sag ich gleich auch am Anfang, kein geiler Look, aber auch für ihn. Weil eigentlich wäre es ein richtig krasser Move gewesen, wenn Jalen einfach geschrieben hätte, ey, congratulations, Derek White, ich freue mich für meinen Teamkollegen, dass er bei Team USA dabei sein kann. Das wäre, wie LeBron sagen würde, die High Road, ja, wie er damals 2016 gesagt hat, in der Pressekonferenz, I always take the High Road. It's so hard to take the High Road. I've been doing it for 13 years. It's so hard to continue to do it and I'm gonna do it again. Das hätte er machen können, das wäre ein krasser Move gewesen. Stattdessen hat er uns erst diesen Tweet hier gegeben und dann ging es weiter mit diesem Tweet hier. At Nike, this is what we doing, Fragezeichen. Also letztendlich Nike, das ist also das, was wir hier machen. Nike, ist das euer Ernst so ein bisschen? Und jetzt muss man sich fragen, okay, what the fuck hat Nike damit zu tun? Das ist ganz einfach. Nike gehört so ein bisschen USA Basketball. Das ist überspitzt und übertrieben formuliert und ich will das nicht als festes Zitat da draußen haben, aber es ist schon so und es gibt sogar einen Forbes-Artikel dazu, Why Nike Owns US Olympic Basketball. Sie sind einfach seit Ewigkeiten der Sponsor. Dieser Nike-Swoosh ist immer vorne auf den Trikots. Es wird immer sehr darauf geachtet, dass Spieler dabei sind, die Nike-Athleten sind. Es wird immer sehr darauf geachtet, dass sollte mal ein Spieler dabei sein, wie dieses Jahr ein Anthony Edwards, der bei Adidas ist, oder ein Stephen Curry, der bei Under Armour ist. Achtet mal auf die Teamfotos, die rauskommen. Es wird schon immer sehr darauf geachtet, dass man deren Schuhe und deren Marken vielleicht nicht so prominent im Vordergrund sieht und stattdessen hat eine Menge, Menge Nike immer im Vordergrund. Es ist einfach so, okay? Aber es ist jetzt nicht nur der Grund, dass Jalen nicht offiziell bei Nike ist, warum er möglicherweise hier Stress haben könnte mit Nike. Der eigentliche Grund liegt darin, dass Jalen sehr öffentlich in den letzten paar Jahren, vor allem in den letzten ein, zwei Jahren, einfach immer wieder gegen Nike geschossen hat mit solchen Aktionen wie hier, wo er zwar Nike-Schuhe trägt, aber den Swoosh einmal quasi durchstreichen lässt und dann Liberation drauf schreibt. Oder diese Version hier von den Kobe Sixers, die Reverse Grinch Edition, wo er den Swoosh komplett hat entfernen lassen. Man sieht hier noch so ein bisschen den Swoosh angedeutet. Man sieht ein bisschen, wenn man den halt abnimmt vom Schuh, ist unten meistens die Farben ticken anders. Man kann das hier noch erahnen, den Swoosh, aber er hat ihn halt weggemacht. Und er war in den letzten Jahren einfach sehr, sehr kritisch gegenüber dem Hauptsponsor von diesem Olympic-Team. Und es sollte jetzt vielleicht kein Hauptgrund sein, warum er nicht mitgenommen wird, aber ich habe zum Beispiel, wie gesagt, dieses Vorbereitungsspiel USA-Kanada heute Nacht geguckt und es ging in die zweite Halbzeit irgendwie. Die zweite Halbzeit hat gerade angefangen und quasi, die kamen zurück aus dem Werbebreak, kamen die zurück mit USA Basketball und dann fett sponsert bei Nike. Oder dieser Showcase hier, USA-Kanada ist sponsert bei Nike. Und natürlich will Nike dann ungern einen Athleten mit auf dem Feld haben, der sich öffentlich gegen sie ausspricht. Das Ganze wurde übrigens damals getriggert von der ganzen Kyrie-Situation. Kyrie hat ja damals diesen antisemitischen Film geteilt auf seinem Twitter. Daraufhin hat Phil Knight damals gesagt, der Nike-Founder hat gesagt, Kyrie hat hier eine Linie übertreten, die man nicht hätte übertreten dürfen, bla bla bla. Und Jalen Brown hat darauf getwittert, since when did Nike care about ethics? Was ein fairer Punkt ist. Und wir müssen nicht darüber reden, dass Nike sicherlich auch nicht in allen Bereichen die besten sind und dass es immer harte Anschuldigungen gibt. Muss man aber auch fairerweise sagen, so gut wie gegen jeden Sportartikelhersteller oder gegen jeden größeren Bekleidungshersteller, würde ich fast sagen. Aber ich verstehe zum einen so ein bisschen Jalens Kritikpunkt. Ich stimme mit seiner Message nicht überein und ich stimme auch nicht mit der Verteidigung von dem, was Kyrie damals gemacht hat überein. Aber ich verstehe, was er sagt, wenn er das so quasi halt twittert. Aber ich verstehe auch total, und das gilt auch ehrlich gesagt für Kyrie, ich verstehe, warum USA Basketball, die USA an sich und Nike als Hauptsponsor der Mannschaft vielleicht nicht zwei Spieler dabei haben will. Und jetzt in dem Fall ganz besonders Jalen Brown, der halt jetzt aktuell zur Debatte steht. Das wäre ungefähr so, die deutsche Mannschaft wird, glaube ich, weiterhin von Peak gesponsert, richtig? Wenn ich jetzt rauskommen würde und ein Video machen würde oder ein Tweet oder Instagram-Story oder was auch immer und sagen wir, das würde solche Wellen schlagen, wie das bei einem Jalen Brown schlägt, was es sicherlich nicht machen würde bei mir. Aber sagen wir jetzt, ich würde mich krass negativ gegen Peak äußern oder ich würde Peak-Klamotten tragen und da dann aber das Peak-Logo durchstreichen und Freiheit drüber schreiben und sowas halt, wie Jalen Brown mit Nike macht. Also es wäre komisch, meiner Meinung nach, wenn dann der DBB trotzdem mich zum Beispiel zu einem Spiel einladen würde und Kurzzeit sitzen würde. Es wäre ein bisschen komischer Look, oder? Es wäre komisch vom DBB, es wäre komisch Peak gegenüber. Das bedeutet nicht, dass Peak dann der Entscheidungsträger in dem Moment wäre, aber es bedeutet einfach, es wäre ein bisschen komisch. So und deswegen, ich kann irgendwo verstehen, warum Team USA jetzt in dem Fall weder Kyrie noch Jalen dabei haben will, weil sie wahrscheinlich einfach auch keinerlei negative Schlagzeilen um dieses Team herum haben wollen. Die wollen einfach LeBron haben, die wollen Curry haben. Das ist die Abschiedstour von den beiden, von LeBron auf jeden Fall, von Curry höchstwahrscheinlich auch, von Kevin Durant höchstwahrscheinlich. Die wollen einfach diese Feelgood, wir sind Team USA und wir dominieren Basketball und drumherum wollen sie einfach keinerlei sozusagen anderen Konversationen aufmachen. Und ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum wir Jalen jetzt nicht sehen werden. Und ich will das nochmal betonen, Derek White ist ein verdammt guter Basketballspieler. Ich weiß, der Name ist nicht so groß wie Jalen Brown, aber der Junge ist legit as fuck. Und er und Drew Holiday zusammen im Backcourt, das wird hart. Das wird sehr, sehr hart für die ganzen anderen Olympischen Guards von den anderen Teams, die denken so, okay, sie werden schon irgendwie zum Korb kommen, sie werden schon irgendwie dominieren können. Nicht gegen diesen Backcourt, nicht gegen Holiday und Brown. Und ich bleibe dabei, dieses Team USA ist vom Talent-Level her wahrscheinlich das krasseste, was jemals assembled wurde. Man hat es in diesem Spiel hier nicht gesehen gegen Kanada. Sage ich euch ganz ehrlich, dieses Spiel gegen Kanada war nicht geil anzugucken. Das lag aber nicht nur an den USA, das lag auch vor allem an Kanada. Kanada hat 33% aus dem Feld geschossen, Kanada hat 21% from downtown geschossen und 65%, ich kann überhaupt nichts highlighten, 65% von der Freiwurf-Linie, das ist erbärmlich. Das war grottenschlechter Basketball. Jamal war nicht gut, Shea war nicht gut, ganz Kanada war nicht gut. Die haben acht Minuten vor Ende, sieben, acht Minuten vor Ende, haben die schon Spieler eingewechselt, die ich noch nie gesehen oder gehört hatte. Das war insane. Das war einfach ein Trash-Ass-Game von Kanada, aber genauso von den USA. Anthony Edwards, der Top-Scorer, war irgendwie mit 13 Punkten. Der beste Spieler tatsächlich war Anthony Davis, muss ich mal loben. Der kam zwar von der Bank für Embiid, aber hat herausragend gespielt. Insgesamt dieses Line-Up, was von der Bank kam, was mit Halliburton, Davis, Tatum, Edwards und ich glaube Bam, das war ein starkes Line-Up. Das Line-Up hat viel besser gespielt als die Starting Five, aber deswegen sind Vorbereitungsspiele so wichtig und deswegen gibt es ja auch so viele Vorbereitungsspiele jetzt von Team USA. Ey, gegen Kanada war das Erste, dann kommt Australien, Serbien, Südsudan und dann kommen wir in London, wo ich auf jeden Fall am Start sein werde. Aber deswegen brauchen wir Vorbereitungsgames und jedes Team braucht es. Deswegen braucht es auch Deutschland. Deutschland sah im ersten Spiel gegen Frankreich in Köln, wo wir alle waren. Ey, das sah nach nichts aus. Wir wurden auseinandergenommen von den Franzosen, lag aber auch daran, dass viele unserer Leistungsträger gefehlt haben, lag daran, dass wir uns erst einspielen müssen wieder. Also, ich mache mir jetzt keine Sorgen um Team USA. Ich sage nur, sie haben einfach nicht gut gespielt. Embiid war ausgefoult nach zwölf Minuten Spielzeit. Der hatte auch ein Dirty Play gegen Dwight Powell, völlig unnötig in so einem Freundschaftsspiel. Richtig eklige Aktion, ehrlich gesagt, von Embiid in dem Moment. Auch wenn ich ihn mag als Spieler, aber das muss echt nicht sein und wir sind hier nicht in den Playoffs. Was gibt es noch zu dem Spiel zu sagen? Ja, Second Unit von USA war besser, aber auch hier, ey, LeBron ist 39, Curry ist 35, 36. KD hat gar nicht gespielt. Der soll erst zurückkommen von der Verletzung. Also, diese Jungs sind halt auch einfach alt und es dauert dann immer ein bisschen, bis man sich wieder eingespielt hat. Aber ich mache mir nach wie vor keine Sorgen, dass das hier, dass das die Mannschaft ist, die Gold gewinnen wird. Ich habe ein großes, großes Video gemacht vor zwei Tagen, wo ich über alle Mannschaften geredet habe, über alle Gruppen. Da sind wir alles durchgegangen, verlinke ich euch am Ende. Könnt ihr gerne mal reingucken. Ich bleibe dabei. Team USA schlägt meiner Meinung nach keiner. Okay, und dann, ja, ganz kurz noch, das hier ist der olympische Spielplan für die USA. Ziemlich tough. Die müssen gleich in ihrem ersten Spiel gegen Serbien ran. Ja, ist direkt das härteste Game. Danach können sie dann aber ein bisschen chillen gegen Südsudan und gegen Puerto Rico. Bei den Deutschen ist es coolerweise anders. Wir spielen erst, ich glaube, erst Japan, dann Brasilien und dann erst am Ende der Gruppenphase spielen wir gegen Frankreich, gegen den stärksten Gegner in unserer Gruppe. Also wir können uns sogar in der Gruppe noch ein bisschen warm spielen. Die USA muss wirklich gleich im ersten Game beweisen, dass sie das Top-Team sind. Ist vielleicht sogar ein bisschen Upset-Potenzial gegeben, aber wir werden sehen. Wir wollen das alles nicht zu hoch hängen. Ich überlege gerade, ob ich das Thema noch kurz anspreche. Wir können es ganz kurz abhaken. Es ist wirklich eigentlich nur Internet-Bullshit, habe ich das Gefühl. Es wurde so ein bisschen drüber spekuliert, dass man Derek White mitgenommen hat, weil Derek White ist light skin und Jalen Brown ist dark skin. Und dann ist das ein bisschen quasi für die USA ein besseres Bild. Halte ich für kompletten Bullshit. Also das ganze Team USA ist diesmal afroamerikanisch. Ich glaube, niemand in der Basketballwelt hat das gejuckt. Ich habe nicht mal irgendwas darüber gehört. Ich wüsste auch keinen Spieler, den ich stattdessen irgendwie reinbringen würde. Und das ist einfach ein so veralteter Take. Ich kann mir nicht vorstellen, dass weder USA Basketball noch Nike noch sonst irgendwelche Entscheidungsträger da in irgendeiner Weise die Entscheidung davon beeinflusst haben, dass sie sagen, ja, aber Jalen Brown ist dark skin. Like, who gives a shit? Also die Zeiten sind, glaube ich, echt vorbei. Die besten Spieler des Landes sollten zur Olympia fahren. Das sind meiner Meinung nach die Jungs. Jetzt haben sie noch Derek White mit dazu bekommen. Statt Kawhi. Was nochmal bitter ist für Kawhi, um das Ganze abzuschließen. Es tut mir wirklich leid für ihn. So ein guter Spieler. Aber halt, er hat einfach chronische, kaputte Knie. So, was willst du machen? Der Junge wird auch nie wieder gesund. Also der kann sich nie wieder davon erholen. Das geht immer nur darum, dass man es irgendwie schafft, ihn für ein paar Spiele quasi fit zu bekommen, dass er auf einem hohen Level spielen kann. Aber dass der jemals gesund wird und dass das jemals geheilt wird, ist einfach komplett utopisch. Und ja, es ist sehr schade, dass er nicht dabei ist. Aber ich verstehe auch die Clippers. Also wenn die Clippers sagen, ey, wir können ihn nicht jetzt bei Olympia verheizen und dann in der Saison spielt er wieder bei uns nicht. Und jetzt haben wir auch noch Paul George verloren. Ich kann das nachvollziehen. Es ist nur schade für die Basketballwelt. Aber okay, Freunde, das war es soweit von mir. Ja, interessant, wie sich das gerade alles so ein bisschen entwickelt bei Team USA und bei der Olympia-Vorbereitung. Ich bin richtig jetzt schon im Olympia-Fieber. Habe mir schon alle Schedules rausgeschrieben. Also alle Spiele der Deutschen, alle von den USA. Ich werde so viel es nur geht hier auf dem Kanal covern zu den Spielen, zum Turnierverlauf. Und yes, wir werden uns auch die nächsten paar Tage noch hören. Wir machen vielleicht noch ein abschließendes Free-Agency-Video. Wir machen vielleicht noch über das ein oder andere Team oder den ein oder anderen Spieler vielleicht noch Videos hier vor Olympia. Wir machen vielleicht auch eine Liste mit den besten Spielern von Olympia, ranken die so ein bisschen. Ich habe irgendwie Bock, einfach so verschiedene Videos noch zu machen, bevor Olympia richtig losgeht. Okay, Freunde, ey, das war es von mir. Tausend Dank euch fürs Zuschauen. Tausend Dank für den Support. Und wir hören und sehen uns die Tage. Bis dann, haut rein. Peace. 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 Peace.